Heute findet im Kulturhaus in Dornbien der zweite Vollberger Brandschutz-Tag statt. Wie wichtig ist der Brandschutz-Tag für Dornbien? Ja, jedenfalls freuen wir uns, dass eine so wichtige Veranstaltung in Dornbien stattfindet. Und mit über 250 Teilnehmern ist das ja ein Beweis dafür, wie wichtig derartige Tagungen sind für uns. Als größte Stadt des Landes und auch Betreiber eines Krankenhauses und mehrerer Pflegeheime hat natürlich ein derartiger Tag eine große Bedeutung. Es ist der Brandschutz ein ganz, ganz wichtiges Thema im öffentlichen Bereich. Und wie wir auch aus den Referaten heraus wissen, sind gerade Einrichtungen wie Pflegeheime und Krankenhäuser natürlich diejenigen, die auch medial das größte Interesse hervorrufen. Und wir sind aufgerufen, immer auf dem neuesten Stand der Technik und auch der Organisation natürlich. Brandschutz zu betreiben und freuen uns über derartige Impulse. Der Brandschutz-Tag findet heute zum zweiten Mal statt, zum ersten Mal hier im Kulturhaus in Dornbien. Wird man sich bemühen, den nächsten Brandschutz-Tag wieder hierher zu holen? Nach dem Lob, das wir vom Veranstalter bekommen haben, wird sich das ausgehen. Wir freuen uns jedenfalls, wenn das auch in Zukunft so sein wird.